Ich habe den Antrag auf der Behörde gestellt, habe dann eine Prüfungsstelle bekommen, bin hingegangen und dachte eigentlich auch, dass ich jetzt den ganzen Tag befragt werde. War nur vorbereitet mit dem Kurs von Amaderm, habe das Ihnen alles beschrieben, habe auch ein Modell mitgenommen, die Praxis gut gemacht. Und wo Sie dann mich eigentlich sehr viel befragen wollten, war, wie ich den Hauttyp bestimme. Also über die Epidermis haben Sie sich viel fragen wollen, dann habe ich nur diesen Melaninmeter erwähnt. Ich habe gesagt, dass die Maschine das automatisch schon richtig einschätzt und ich da nicht viel umändern muss. Und das war dann für Sie dann auch so, ja okay, wenn das so ist, dann können Sie gar nichts falsch machen und das Gerät sei sowieso so sicher. Und dann habe ich das eigentlich gleich bestanden, innerhalb von 40 Minuten war das Elidic. Und wenn ich aber diesen Melaninmeter nicht erwähnt hätte, dann hätte ich schon auf jeden Fall viel mehr Wissen mitbringen müssen. Aber dadurch, dass die Maschine eigentlich alles selber macht und wir nur sauber blitzen müssen, war das eigentlich ganz einfach. Ich habe Fotos vom Gerät mitgenommen, weil das Gerät selber muss möglich mitnehmen und diese ganzen Kurschüren, die ich bekommen habe, diese Hilfsanleitungen da mitgenommen und sie haben dann auch gemeint, dieses Gerät ist sowieso auf dem neuesten Stand. Da kann nicht viel falsch gehen, da kann nichts verbrennen, nichts passieren und da haben wir eigentlich überall gleich in den Hafen gegeben. Also wir waren wirklich ganz einfach mit dem Gerät. Sind Sie mit dem Laser zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich habe sehr viele Kunden, die von anderen Anbietern umgestiegen sind. Sie waren davor, wie sie mir immer 10, 15, 20 Mal mit IPL am Arbeiten oder mit anderen Anbietern und hatten immer noch viele Haare. Und dann haben sie bei uns drei oder vier Wükschensbehandlungen gemacht und hatten kaum noch Haare. Also sind wirklich alle sehr zufrieden und alle, die einmal kommen, machen immer direkt bei mir weiter. Dann sind Sie mit der Firma immer deren zufrieden? Kundenkontakt, sehr freundlich, immer sehr schnelle Lösungen, wenn ich was schreibe, vor allem per WhatsApp, sehr bequem und einfach, bekommen Sie gleich immer Antwort und Hilfe und ja, das passt wirklich alles wunderbar.